herzlich willkommen auf die ganze gaming und heute spielt man den roblox roblox hobby und zwar sollen wir anscheinend den kindergarten entkommen ich würde sagen wir legen auch direkt los dieses spiel ist extra in first person gemacht worden kann man auch nicht wieder zu machen okay das heißt wir werden das ganze hier in first person spielen okay also so muss ich hoch da bin ich runtergefallen gut okay ich meine ich bin ein bisschen noch müde das heißt noch nicht so gesprächlich wo muss man da hinspringen seite okay let's go wieder durch jetzt gelandet nein 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 ich muss da hinlaufen und dann tür auch machen nein 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 wie soll das denn funktionieren das geht ja gar nicht ich laufe jetzt einfach los hey das war gerade nicht mit absicht ich habe jetzt schon kein bock mehr ne hey wie soll das denn gehen soll man denn rechtzeitig da rauskommen okay so hätte ich es jetzt geschaut lass mich durch ich hab's geschafft ich hab's geschafft aber das gleiche muss ich jetzt nochmal machen okay 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 ok 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 ich hab's jetzt so langsam raus eine zeitraum hat 20 sekunden okay wozuhelle bin ich jetzt das ist rot geht das hier nett auf er muss ich auf dem roten oder was habe ich das ich gucke mal ich nicht gewusst ich wollte jetzt einfach mal nein salat geschaffen gut wo muss ich jetzt hin glaube ich nehme mal an ich darf das hier nicht berühren nein ich habe das mit diesem fuß berührt junge aber nicht auf ein neues was jetzt hier aufgeladen irgendwas ist ja aufgegangen aber ich habe keine ahnung was das hier ist aufgeladen okay bin ich auf der anderen seite jedoch schon den willi dort moin willi wie geht's dir hallo willi geht denn ja wenn ich weil hier oder das in mein gesicht gefrungen alter ich habe den gleich knapp danke so muss ich jetzt einfach hier durch oder was denkmal ne ne nicht wieder zurück hier rein b lege die richtigen buchstaben auf einer pin band d ac ach so soll ich die jetzt holen oder was das ist die richtigen buchstaben auf einer pin band ja ach so bin ich blöd hier jetzt hier muss anders als das jetzt hier offen die türen wo bin ich jetzt ein musik wirklich hoch tatsächlich und rein hier okay perfekt das habe ich doch schon mal geschafft hier jetzt bin ich auch nähe hilfe habe ich mich erschreckt aber wie denn her okay aber was geht denn da auf reise aber was geht da auf jetzt mehr ehrlich ich will lass mich lass mich in frieden okay ich muss zur anderen seite heilige scheiße was ist das für ein game alter bin ich ja wieder hier unten oder nicht hier runter springen muss ich na gut muss ich wohl anscheinend jetzt in irgendeinen schacht oder so das tower of hell oder was geht ja immer weiter höher gar nicht mal so schlecht habe ich hier drauf wer muss ich aha geschafft muss ich hier runter boah das war knapp gerade aber ich schaffe es ja ich bin drüben ja ich habe es geschafft danke ich darf hier rein ja gut jetzt habe ich hier raus benutze metallplanken um zu überqueren ha so soll ich dir also ich sollte wahrscheinlich auch noch hier mitnehmen na gut okay leute ich würde sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like ein abo und kommentar da schaut das eben auf meinen skript selber vorbei ist unten in der video beschreibung verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt einen traum auf den tag haut rein leute euer sandow ciao ciao ciao